Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario & Luigi zusammen durch die Zeit. So und wir befinden uns immer noch in der Schleifsandhöhlen, genau. Wir haben jetzt hier schon angefangen hier Gegner zu besiegen und wir werden uns jetzt hier noch weiter umschauen. Vielleicht finden wir ja hier noch ein paar Secrets, wie zum Beispiel noch ein Bob-Omb. So. Wollen wir mal tauschen, was wir uns einsetzen? Okay, also mit zweier Pärchen ist die Attacke, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja. Ja, ich sagte er und verkackt. Achso, ich kann noch weitermachen. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, na egal. Kanonengebläser können wir nicht machen. Ähm. Ja, komm, können wir nochmal machen. Oh, oh. Scheiße. Ja, jetzt gehen die jetzt erstmal in den Angriff überwegs an, genau. Ups. Aua. Ja, guck mal, da kann man noch mit dem Sprung angreifen, genau. Okay. Notpaket, Paket on. So, okay, hier sind wir fertig. Hier könnten wir hoch. Hm. Schauen wir uns erstmal woanders um. Hier wäre ja noch ein Gang gewesen, oder? Da wären wir so eine Röhre. Wo führten die uns hin? Ah, achso. Ja. Da können wir nochmal raus, aber ich würde erstmal sagen, dass wir uns diesen Ort hier weiter erkundschaften. Putterpup, putterpup, putterpup. Ne, hier lang müssen wir, genau. Hm, ja, anscheinend müssen wir die kleinen hier lassen. Da haben wir mit den Bällen mit nicht vorankommen. Großer Pfeffer, zweimal haben wir. Großer Pfeffer, okay. So. Wo sind die jetzt hin? Ach Gott, brauchen wir jetzt sowieso erstmal nicht die kleinen. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Jetzt müssen wir hier weiter, denke ich. Ah! Ey, was soll denn das? Lass mich gefällst los, ihr Rüppel! Kandioses Timing, Leute. Bewegt euch hier hoch und schneidet mich los. Holt mich hier raus, sonst ändert ich noch als Imbiss. Komm schon, wir sind doch Freunde, oder? Schließlich habe ich euch von dem geheimen Eingang erzählt, nicht wahr? Jetzt seid ihr mit einer guten Tag an der Reihe. Sonst fällt für mich wie immer der Vorhang. Komm schon, behält euch. Ah! Ja, so schnell sind sie jetzt wirklich nicht. Da sind sie wieder verkrochen. Okay. Achso, hups. So, hier sind bestimmt wieder Gegner. Hört mich an, hier sind Oboen. Also, das ist ganz zum Vorteil, dass wir hier jetzt nochmal mit den Bubis hier noch arbeiten. Okay. Hier ist noch ein Item für Mario und ein Ultra Tau. So. Hier ist noch eine Bohne. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Wie gesagt. Hier ist noch ein B� Hier ist ein B Trufe. Schwerst zuge. Also, die Schwerst zuge. Schwerst zuge. Schwerst zuge. Schwerst zuge. Schwerst zuge. ok so was scheiße was ist das für ein gegner eigentlich als nefarro und ich wollte eigentlich im taschenbau einsetzen genau dann machen wir halt anders machen wir trampolin die klare trampolin ist hier besser b y b a x y super sagen wir sogar ein trampolin zurück bekommen so was haben wir hier drin ist ein kleines secret boom zweimal trampoline und 20 münchen ok und Kopp Ich will jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht weitermachen, weil dann, also hier geht es wahrscheinlich weiter. Stimmt. Ich würde mich jetzt erstmal, was ist das denn? Hier umschauen, weil hier gibt es ja auch noch was zu holen. Hier ist eine Bohne. So. Y, B, A, X, B, X, B, X, B, X, Y, B, X, B, X, B, X, B, X, Y, B. Scheiße. Okay. So, und dann, genau, dann müssen wir jetzt hier weitermachen, genau. Ähm, genau, dann müssen wir die hier hier reinschicken und dann müssen wir nochmal kurz mit dem Monty hier sprechen. Hört gut zu, dreht das Rad da und nur, es werden drei Ziele erscheinen. Münze, Pilze und Blume. Bespritzt die Ziele mit Wasser, entspricht das getroffene Ziel erfordern, gewinnt ihr. Okay, wir müssen hier rollen. Äh, Moment. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, das war gerade komisch. Jetzt geht's. Die Vorlage ist da unten, ne? Okay, also einen Pilz müssen wir jetzt bekommen. Okay. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Ah, die Münze war es gewesen. Okay. Okay. So, jetzt hat sich uns ein neuer Weg eröffnet. So. Juuuut. Hier runter. Dann gehen wir hier lang. Rückweg. Alles klar. So, das wäre jetzt eine Abkürzung gewesen, diese Ort hier, ne? Ah, nee, ist ein Rückweg. Alles klar. Okay, dann hat sich das gerade erledigt, gerade die Aussage von mir. Eine Bohne ist hier nicht. Eine Bohne ist hier nicht. Dann gehen wir weiter in das Gebiet rein. Uiuiuiuiui. Okay. 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 Und dann müssen wir hier lang. Ah. Ah. Okay. 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 Das war schon, wow. Ich glaube, bei den Zweierkämpfen sind Taschenmaus, glaube ich, echt am besten. Und am einfachsten. Und am einfachsten. Im Gegenzug, wenn wir in Huckepack-Modus sind. Mhm. Mhm. Ah, jetzt habe ich zu spät geachtet. Mhm. Machen wir mal Bravas Blumen. Oh. 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 Das ist jetzt nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße, jetzt kriegt er nur Baby Mario. Das ist doof. Egal. so egal ja, okay Blumen sind hier komplett für den Arsch merke ich gerade sollte ich mich mal abgewöhnen diese Einsätze zum Beispiel Bob-Oms okay du, der ist schon mal weg der auch okay so, Baby-Loo-I-C-Boy und so schnell, Söhnchen wenn du hier vorbei wirst, musst du ein Spiel spielen behöre den Block, der da hinten erscheinen wird bevor die Zeit um ist wenn du es schaffst, lasse ich dich vorbei und du darfst dich dann als offizieller Hüllenrenner bezeichnen oh Gott da erinnert mich an was so, erstmal komplett durchgezogen so das war doch hier, oder nein scheiße haben das gerade mit das andere verwechselt hier fuck ich hatte damals bei privaten Durchspielen hier dass es dieselben Probleme gehabt tatsächlich aber im zweiten Versuch solltet jetzt hinhauen hoffe ich doch zumindest nicht so knapp man pass auf warte mal wir machen gleich machen wir das so am besten mal gucken ob es funktioniert aber ich glaube der setzt uns zurück ja macht er auch er setzt uns zurück so durchgezogen 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 mich irritieren lassen super bravo jeeha ha 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 so na ja eigentlich können wir hier mit mainz weiter ging weil ich denke da ist bestimmt eine warbrühe irgendwo ja sagt ja dachte ich mir auch wie gesagt ich habe lange nicht mal gespielt deswegen weiß ich eine passage nicht mehr so richtig deswegen so wir sind wieder gegner anwesend 20 minuten ok wow so dann machen wir einen trampolin am besten b a y b scheiße ist trotzdem und super geworden also da kann man sich nicht beschweren so beim nächsten angriff ok dass der noch ein bisschen aussieht so so Okay. So, der ist weg. So, den Außenkontert hoffe ich mal. Ja, super. Schön. Ja, es ist gut. Der nächste. Ah, fuck. Egal. Super. So. ist das gebiet jetzt gegnerfrei verzeichen sieht so aus ne ja okay gut dann schauen wir uns mal hier in den röhren um dachte ich mir dass da hinten ein spinner lauert das dachte ich mir fach Das ist super ein Pilz hier für Baby Mario So Jetzt brauchen wir jetzt erstmal keine Sorgen machen um den KP Autsch Oh, was ist das für ein Sack, ey Oh, was ist das für ein Sack? So Ein Elite-Bum-Guy Okay So, der ist schon mal weg So Von nochmal Okay Boah Ist mir ein Kugel wie abgeballert hier Setz mal Trampolin rein Ah, scheiße Jetzt bin ich aus dem Rhythmus rausgekommen Okay Okay Können wir den noch ausgekontert? Nein Leider nicht So, jetzt müssen wir langsam aber sicher den Part beenden Wir besingen jetzt noch die Gegner Für die Song Die Song Hm! So, noch mal. So. Okay. Hm. Hier haben wir nur einen. Machen wir nochmal einen Trampolin. Epsilon. X. Epsilon. R. X. B. Scheiße. X. R. Epsilon. So. Wunderbar. Blauer Pfeffer. Mach erstmal hier die Gegend unsicher. Äh, sicherer meinte ich. Dann müssen wir wohl oder übel nochmal zurück, um ihn zu speichern. Nehme ich mal an. Weil zeitlich schaffen wir das jetzt nicht mehr in dem Part. Hier alles. Ach. Trampolin. B. A. B. A. X. Epsilon. A. B. 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 X. Epsilon. A. B. A. Scheiße. Den Rest habe ich verkackt. Schade. B. 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 und speichern das ist besser was wir erst mal machen können vielleicht finden wir jetzt hier noch ein secret aber denke nicht wäre lustig wenn aber ich glaube nicht so dieses in wind also kümmer schon ich bedanke mich für zuschauen und wir sehen uns im nächsten part bei let's play ma und luigi zusammen durch die zeit wieder vielen dank fürs zuschauen macht euch gut drei leute und schau